Servus Leute, heute gibt es eine kleine aber feine Runde auf Factory und ja, bei der geht es einfach direkt zur Sache. Factory ist einfach eine Map, da ist immer PvP geboten und in der Runde wurde ich auch ein-, zweimal gegen Helm getroffen. Also Helme bringen auf jeden Fall was, hat diese Runde wieder bewiesen. Außer im Varsenrate am ersten Tag nach dem Patch 12.11.5, Bugfix und Quality of Life Patch und auch Performance Patch mag ich mal behaupten. Also die Quality of Life Features sind echt gut, das Stacken und sowas, im Menü läuft alles runter und in-game hat man ein bisschen mehr Frames und die Maus fühlt sich viel direkt daran. Also ein echt gutes Update, auch wenn kein Content dabei war. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv.au, da würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Vielleicht ein Follow da lasst und hier auf YouTube würde ich mich natürlich über ein Abo freuen, einen Kommentar, einen Daumen nach oben und jetzt viel Spaß mit dem Raid. Ich bin jetzt noch ein paar Mal vorbeischauen, einen Daumen nach oben, einen Daumen nach oben. Oh, Level 2. Zwei Waffen dabei? Wieso das denn? Ich glaube, das ist Tagela. Nehmen wir hier was gerannt und dann höre ich einen Skeff reden. Ich glaube, das ist Tagela. Ich glaube, die sind jetzt schlauer. Ne, ich glaube, geändert haben sie sie noch nicht. Aber kommt noch. Nach seinem Tod ist er abgedrückt. Die haben Skeffs irgendwie auf ein anderes System gelegt. Oder weiß ich was. Dass sie die dann mehr upgraden können. Irgendwie sowas stand drin, ne? Du lernst aus. Vielen Dank für den Tier 1-Bau. Wäre die wüssten. Vielen Dank. Mein Gott, schon wieder, ja. Drei Saveds diese Runde. Los ging's da. Nachgeladen, ja. Ich tank gerade gewaltig, ja. Die Typen haben sich hier angenistet, glaube ich. Das ist auf jeden Fall eine Gruppe. Drei Saveds in einer Runde, let's go. Könnte Rekord sein. Besonders von drei unterschiedlichen Leuten. Nicht vom selben. Ah, komm mal halblang, ey. What the fuck, man? Was war ja klar, ey. Alter. Ausruf ist ein Jam. Heute läuft's. Ich hab mal kein Anfall hier, ey. Nichts. Geimpft mit Golden Star Handle. Easy. Mandy Schraub bulun. Das war ja klar. Sehr, Entschuldigung. So, eins, zwei, drei, vier. Wo? Das ist der härteste Scaref aller Zeiten. Wo ist der? Ich seh ihn nicht. Der hat nix. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du was Vernünftiges hättest. He 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 he. Er will siebzehn. Ich glaub's auch langsam, Handel, ja. Ich bin hier zu lang drin, jetzt kommen nicht die ganzen... Okay. Woman. Hey, Angelo. Okay. Vielen Dank. Wir gehen jetzt. Scheiß drauf. Yo, Save Nummer 4. Okay. What? Was ist mit diesen Scafs los? Das waren 4 Saves. In einer Scheißrunde, ey. Alter. Was haben die mit den Scafs gemacht? Harte Runde auf jeden Fall. Harte Runde. 9300 XP. 4 Kills. Passt. I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again. people in the end of the day and see you again, see you again.